Mit mir, und mir, und mir. Mir, mir, ja, dann existieren wir. Willkommen bei mir, mit mir, und mir, in mir. Was, in mir? In dir? Äh, nein. Geh weg. Wir spielen. Twilight. Ja, der Panda Paragon ist gerade abgehauen und neben mir steht noch die Linie raus. So spät, jetzt habe ich andere Sicht. Oh. Wie, der mir auch ins Gesicht. Ekelhaft, so ein Schreck. Kannst du den Zuschauern nicht zumuten. Doch. Der zeigt seine nackte Brust. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, was wir heute machen, oder? Ich, 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 ich gebe mal so ein... So, doch einfach. So ein ganz, wir gehen in den Turm da. Ganz dezenten Weg, so. Was machen wir? Was, in den Turm? Ja, ich würde nochmal die Abbau wieder machen. Ja, das ist das erste richtige Video mit meinem super duper mega neuen PC. Angeber. Ja, der will nur angeben. Das Video sollte 60 FPS in super mega duper Auflösung, naja, 720p, das ist trotzdem. Mehr finde ich Schwachsinn. Ich höre einen Gast. So, wir kommen hier durch. Ich muss gerade leider ein Vollbild spielen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann das theoretisch nicht abbauen. Stimmt, da sind auch Block, Blöcke. Okay. Das ist mit dem Eingang. Cheatet der schon wieder. Wir kommen da rein. Kann das mit der Spitzsack abbauen? Ne. Ja, das sind wieder diese Schutzbarrieren, Blöcke. Na gut, suchen wir einen Eingang. Bist du dir jetzt auch das, wird's drum durch? Ja. Ja. Dürfen wir doch noch nicht rein? Ja doch, sonst kann man dieser, ähm, das gelbe. Ich dachte mal, nur mit dem Eingang da rein oder so. Vielleicht müssen wir durch die hier? Oder? Hier durch das hier? Versuch's. Aber du kannst es ja auch nicht abbauen, ne? Er kann nur mit seinem Cheat-Tool abbauen. Ja. Ja, dann muss ich das auch nicht. Gott, meine Karte da oben ist ganz verwirrend. Entschuldigt, ich hab noch nicht alles richtig eingestellt. Ja. Da sind nur Spinnen drinne. Hm. Ja, Kraxling. Hier waren sie schon. Hm. Was ist mit da oben? Da war ein Balkon. Hatten wir denn alle Geister wirklich gekillt gehabt in dem Dungeon? Ähm, wir müssen Geister killen. Ja, wir haben sogar mehrere Geister getötet. Ja, keine Ahnung. Für alle, die... Wir haben dieses Ding auch schon bekommen, dieses Achievement. ...nicht wissen, was wir hier tun. Okay. Ich weiß es selbst nicht. Da steht auch ein Gas drinne. Ich guck grad, ob man hier irgendwie rein kann. Sieht aber schlecht aus. Das Redstone durch. Ach, ich hab's. Hier ist ein Eingang. Wo? Ich kann grad sagen, irgendwo muss vielleicht ein gleicher Eingang. Hier oben. Balkon. Moment. Soll ich hier da? Ja. Diese Felder. Kann man rechts klicken. Blub, 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 blub. Die waren unten auch irgendwo. Aber. Ich kann hier nicht rein. Ich kann hier wieder zu. Weil da Baum im Weg ist. Hier unten vielleicht. Was? Nee, der ist... Hä? Ich versteh grad auch nicht. Ich hätte schwören können. Ah, ich bin drin. Doch. Ach, hier unten. Okay. Gehen bloß nach der Zeit wieder zu. Wie cool ist das denn? Ich mag die. Die gehören in Vanilla-Minecraft rein. Ich komm jetzt nur raus. Die machen auch so schöne Geräusche. Blub, 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 blub. Na gut, machen wir mal. Hier ist alles Redstone-mäßig sozusagen. Oder magisch. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wer guckt denn? Wir aufnehmen. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Auch nicht. Hast du Bandicam nicht offen? Ach nee, du kannst ja nicht sehen. Ich hab grad voll Geld. Deswegen. Äh, es ist 18.45 Uhr. Kannst du dir merken. Gut. Das sehe ich auch, wenn ich auf meine Uhr gucke. Dankeschön. Ja, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Huch. Danke, wenn du schon fünf Minuten hast. Kleine Minigasts. Hat der mich erschrocken. Hopp. Sollen wir dann hier durchkommen? Wir hatten aber nichts aus. Der hat mich einfach nur erschrocken. Ich denke mal, dass die nicht besonders stark sind. Ob das ein Spawner ist? Anti, ein, das ist ein Anti-Bilder. Was hat das bedeutet? Huch. Noch nicht rüber. Was zum? Was denn? Ähm, die Zäune kann man doch bestimmt abbauen, oder nicht? Ja, die Zäune kannst du ja abreißen. Ähm, aber, Moment. Warum bleiben die Tore eigentlich auf? Wenn du einen abreißt, kommt so ein Block, ne? Ja. Sieh, ist auch grad. Baust was ab und dann... ...flippst. Aha. Ach so. Ich gedacht, dass man die abbaut. Geht er durch einen Teil? Ich bin grad verwirrt. Ja, wir können da ja nicht durch. Da kommt ja gar nicht was Neues. Aber du kannst dann raufhüpfen. Na gut, okay, das stimmt. Raufhüpfen kann man dann. Also, einen anderen Weg müsste ich nicht... Ach, guck mal an. Hat sich jetzt mehrere Rasse aktiviert, oder was? Ja. Ja. Ja, da kommt man jetzt nicht durch. Hilfe. Das ist echt ein interessantes Rätsel. Hier hat sich grade nichts gebildet? Okay. Ach, ist das ein Labyrinth, das man vielleicht erst abbauen soll? Seien's noch? Ja. Na, da kam jetzt ein Block. Denk mal, ja. Aber das ist Absicht. Kam auch ein Block, da konnte ich aber reinglitschen. Der Profi-Labyrinth, der macht das schon. Ich guck mal, ob ich eine Axt mit hab. Bei meinem Glück hab ich eine mit. Ja. Mit einer Axt soll das definitiv leichter gehen, ja. Hier sollte ich scheinbar nicht hin, denke ich. Weil ich da durchgeglitscht bin. Äh. Hm, aber das Prinzip ist gut, aber es funktioniert nicht ganz. Vielleicht war es ein Bug, dass da kein Block kam. Hm. Hm, hier kam jetzt auch. Ja, das hat gedauert, bis der kam. Okay. Ja, das dauert manchmal. Na, die kannst du nicht, ja, kaum. Ein kleines bisschen verwirrt. Äh, für alle, die jetzt meckern, mir egal. Ich weiß nicht, wenn der nicht weiterkommt. Hm. Hm. Beufel, kommt man denn da weiter? Weil wir könnten auch da hinfliegen. Ich kann mich auch durchglitschen, also so ist das ja nicht. Man kommt ja kurzzeitig in den Block rein. Das ist eigentlich in der Sache, das soll ja ein Rätsel sein. Ja. Weil man kann den kurz abbauen, das ist dann durch und das ist durch. Das ist schon merkwürdig. Vielleicht ist das so gewollt. Das war jetzt mein Fehler. Was hast du gemacht? Ähm, ja. Viel abgebaut. Rechtsklick. Schon wieder? Also den Boden da. Krass. Einmal Dreifeld oder was? Ja, ich hab jetzt repariert mit. Es kann sein, dass es gewollt ist. Ach, dann kann man durch, wenn man die weghaut. Vielleicht ist es gewollt, dass das so was passiert ist. Guck mal, hier diesen Block. Mach mal hier rechtsklick nur. Passiert nichts. Bei mir war es passiert letztmal. Ups. Ja, hau mich doch. Verzeihung. Ne, bei mir passiert nichts. Also vorhin waren da mehrere Dinger weg, deswegen. Aber wenn das so geht, dann machen wir das so. Weil ich hab sonst keine Ahnung, wie man hier durchkommen soll. Nö, ich auch nicht. Ach. Ich denke echt, dass man sich da durchglitschen soll. Glitschen wir. Hallo Schwarze. Äh, ich mein maximal rüstungierte. 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 Das ist ja eine schwarze Rüstung. Das ist ja nicht deine Haut. Was? Maximal gerüstete. Äh, was? Hab ich hier irgendwas weggemacht? Ich hab keine Ahnung. Mach du oben, ich mach unten. Hilfe. Oh. Ich baue permanent unten ab. Los. Seltsames Rätsel. Gut. Den Spawn hast du abgebaut, oder was? Oder diesen... Das war so ein Ding. Ich hab da rechtsklick drauf gemacht. Ach, Moment. Ich glaub, ich weiß, was das für Blöcke sein können. Hm. Äh, das könnten so, äh... Äh... Ja, das sind diese Rätselblöcke. Wenn du die abbaust, passiert das bestimmt nicht. Aber hattest du auf den schwebenden Block gerade rechtsklick gemacht, der hier hing? Ja. Ja. Also bei mir ist ja nichts passiert. Womit hast du rechtsklick gemacht? Ähm... Mit deinem Hammer? Könnte sein. Vielleicht darfst du das sagen. Vielleicht hat er den Effekt drauf. Müssen wir auf und haben gucken. Ja, der hat leider einen Effekt drauf. Mal gucken, ob ich das irgendwie deaktivieren kann. Welche Taste das war? Hallo, Creeper. Hey, das war falsch. Ach, Gott sei Dank, mag er mich nicht. Welche Taste ist das? Keine Ahnung. Oh. Er schießt mich nicht. Das ist das Problem, wenn man zu viele Mods drin hat. Entschuldigung, mach ich ab sofort noch einen Mod rein. Oder war das? Kommt noch Computercraft rein. Ah. Jetzt sollte es aus sein, ich testen. Erstmal kurz. Oh, da hat's auch von mir gegangen. Erstmal testen. Ja, jetzt ist es aus mit rechts. Turm weg. Jetzt ist es komplett weg. Okay. Auf Stufe 1, deswegen hat es einmal 3x3 fällt gemacht. Sollte es jetzt auch nicht mehr passieren, dass es noch schwingt. Da ist ein Gas gespawnt. Da ist ein Gas. Ich finde die so süß. Hallo. Oh. Was? Ein Schuss in Destro? Ja, die halten nichts aus. Ja. Hört aber nicht viel aus. Die sind voll stark. Der hält ja gar nichts aus. Ach, guck mal, hier sind... Aber lustigerweise habe ich jetzt eine Gasträne. Ja. Macht der was bei rechts? Liegt bei dir hier? Herr Biest? Welche? Der hier? Was? Liegt da? Das ist auch nicht so ein Block, den ich gemacht habe. Okay. Was zum... Oh, wie cool ist das denn? Die Maja hat was aktiviert hier um. Ja. Ich liebe diese Mechanik. Was passiert denn? Ich liebe diesen Turm. Der erstellt so eine Bahn. Die dann langsam wieder verschwindet. Ich habe nur einen Block gesehen. Ja, dann kann ich... Ja, Moment. Ja. Von unten, siehst du es gut. Jetzt kommt wieder Grüne. Plopp, 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 plopp. Ah, wie cool ist das? Au. Au? Ey. Warum au? Ist das so vielleicht? Ich stand im Boot. Jetzt stehen die da, wo vielleicht die Dings sind? Hier da, den in der Mitte. Das war so einer. Er hängt. Schwebt. Nö. Kein Rechtsklick. Ah, dann machst du echt das Ding. Gut. Brezeln wir uns hier hoch. Kann nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ähm. Aktivier doch mal den Knopf. Kann man das hier? Ja. Mach der nur nach unten. Ja, der macht nach unten. Hm. Das kann man doch bestimmt auch irgendwie steuern, oder? Plopp, 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 plopp. Aber wieso macht der nach unten? Hm. Nach unten ergibt nicht viel Sinn, System. Ne. Wir müssen ja irgendwie da rüber. Oh, da ist auch noch so einer. Da drüben. Vielleicht muss man... Hm. Ach, hier erscheint auch kein Dings. Okay. So. Warum geht der nach unten? Muss man da vielleicht Blöcke dran machen? Alle Löcher. Wo bist du? Der geht auch nach unten. Ich versuche jetzt einfach mal so. Jetzt kann der ja nicht nach unten. Schätze ich mal. Wo ist er? Der geht auch nach unten. Die gehen alle nach unten. Äh. Ja, hier passiert gerade gar nichts mehr. Nee, wenn da unten dich machst, passiert irgendwie nix, ne? Hm. Vielleicht war ich den einen Block weggebrauen, ne? Ich hab das jetzt nicht mehr. Meinst du, dieser eine Block war wichtig? Ja, warte mal. Ich versuch mal. Ich fühl einfach mal hier hin. Drück mal den hier. Ja, guck mal, wer geht. Richtig. Ja. Das kann sein. Aber der geht nur hier hin. Soll man hier? Ist nix. Plopp. Da ist nix. Hm. Sehr merkwürdig alles. Sehr, sehr merkwürdig. Wo der hingeht. Der hätte jetzt auch noch einige gemacht. Der hätte jetzt schon mehr Sinn. Da kann man nicht mehr rüber. Ah. Verstehe das Rätsel nicht. Vielleicht muss man hier die Lichter anmachen. Weil der führte auf die Rückseite von diesem Ding. Von dem Gloucetum. Hm. Da waren Schalter für Gloucetum anmachen. Wann Schalter für Gloucetum? Ja, an dem Gloucetum sind Schalter. Ja. Ja, an den Gloucetum Lampen. Ja. Ach, meinten die machen den Weg oder was? Keine Ahnung. Vielleicht hätte das irgendwas mit dem zu tun. Warum sollte das sonst hier auf die Rückseite gehen? Ich mach gern mal alles aus. So. Ja, guck mal. Jetzt ist bei Madi Licht. Jetzt geht der Weg nach unten, der Fron hier herüber geführt hat. Machen wir die Fackel rein. Ach. Das kann sein, dass die Licht, von Licht angezogen werden. Madi, die Fackel hinter dir weg machen. Jetzt mach mal an. Geht immer noch nach unten. Aber woanders hin. Das kann echt sein, dass die von dem Licht angezogen werden. Okay, ich mach hier mal die ganzen Fackeln weg. Jetzt ist es sehr dunkel. hierher laufen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich mach hier mal die Fackeln. Ja, ich mach noch mal. Okay. Immer noch bei ihr nach unten. Also liegt auch noch eine Fackel da hinten. Nö, hier geht's immer noch nach unten. Nö, sind wir nicht auch erfreund, als ich den das erste Mal angemacht hab. Vielleicht geht das noch einmal. Das wäre ja doof. Aber da wo Madi steht, füllst du genau hier hin und auf die Rückseite füllst du hin. Dann machen wir die Fackeln da unten auch weg. Ja, die hab ich ja gerade erst hingemacht. Ach, jetzt noch mal, Madi. Achso, jetzt ist sie weg. Ich füge noch mal hin. Ganz verstehe ich das Rätsel echt nicht. Ja, jetzt geht's da hinten hin, wo ich das nicht angemacht hab. Ja. Jetzt hier hin. Und da fällt gleich. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Keiner gesehen. Ja, ja. Ist auch nicht richtig. Ich weiß auch nicht, warum man hier das Licht anmachen soll. Verstehe ich's auch nicht. Kann sein, dass die roten Bahnen was damit zu tun haben, aber eigentlich müsste man da drüben hinkommen. Da geht's nämlich nach oben. Also der Block hier unten sagt einfach nur, man darf in diesem Bereich nichts bauen. Eigentlich. Ja, der baut nämlich sofort alle Fackeln ab. Aber trotzdem. Echt, baut er? Ja. Guck mal, jetzt geht der Weg da. Das hilft mir nicht. Das hatte ich aber vorhin auch. Ne, das bringt nichts. Na gut, machen wir den einfachen Weg. Brauchen wir hier noch ewig hängen. Fliegen. Ich meine, man kann sich halt mit Blöcken hochsticken, aber viel Sinn ergibt's gerade irgendwie nicht. Ich meine, ich find die Blöcke cool, aber wieder nach unten. Ja, das ergibt echt keinen Sinn irgendwie. Ne. Irgendwie total random platziert. Ja. Das ist das Ende. Wenn wir da von hier hinkommen. Ne, nach unten. Wir werden nur nach unten. Ne, das bringt da nichts. Das ist irgendwie, hä? Na gut, komm hoch. Dann machen wir das eben so. Wenn der Turm nicht will. Ja, oder wir verstehen's nicht, keine Ahnung. Ja, ein bisschen zu doof dafür. Tut uns leid. Hier sind acht Holzkohle drin. Wow. Die nehm ich mit. Die Reise gelohnt. Ja. Find ich auf jeden Fall. Hier wahrscheinlich noch mal zum, zum Gans machen oder sowas. Erstens, Schluck Milch. Ähm, nein. Will keine Milch. Ich höre einen Gast. Was haben wir denn? Hallo, Kleiner. Hallo. Oh, tut mir aber leid. Gibt's dir gar nicht. Doch. Echt. Ich habe ein Mitleid mit dir. Ich hab draußen regnet's. Pischen wir nicht, hier wieder Kohle drin. Nein. Ah. Keine Kohle. Hier ist Kohle drin. Hier auch, vier Stück. Ja. Strike. Zweimal. Wer die meiste Kohle hat gewinnt. Ich hab 24. Mist. Und ich hab nochmal ein 64er Stack. Also hier ist schon wieder so ein magisches Türchen. Da auch. Hier ist Wasser. Hier ist auch ein magisches Türchen? Mhm. Ich sag ja, hier sind zwei magische Türchen. Jo. Drei sogar. Ich find die cool. Blub, 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 blub. Ah. Aber die aktivieren sich nicht wieder, ne? Nein. Sind, außerdem sind es vier. Vier? Mhm. Ne, aber mehr. Ja, da drüben sind auch zwei. Wieder Richtung. Toll. Aber nach oben ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier sind Bücher. Aua. Danke, Kohle. Oha. Der sah cooler aus als der in Minecraft. Ja. Ich meinte, als der war der dann cool. Da ist ein Golem Spawner. Lass ihn mal stehen. Jo. Lass ihn mal stehen. Ach, hier sind viele Türen. Ganz viele Türen. Blub, 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 blub. Geht's hier denn? Die gehen aber wieder zu. Blub, 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 blub. Und hier geht's nach oben. Oha. Und hier aus. Oha. Oha, komische Leuchten. Also ich hab keinen Leck. Ich hab durchgehend 60 FPS. Ich hatte gerade Leck. Ich hab wieder einen Power-Rechner. Oh, keinen Leck. Ja, sie hat halt immer noch Office-Rechner. Sie müsste eigentlich auch mal in einen Gaming-PC investieren. Ähm. Aber ich glaub, bei Minecraft wird so ein bisschen gesagt, er hat eine Titan X und trotzdem reicht's nicht. E7 und eine Titan. Ja, das hat ja auch mit der Karte nichts zu tun. Man muss ja, muss das so gut sein. E7 hat der und eine Titan. Der hat sicher den Rechner komplett neu gekriegt, wie er es gehabt hat. Trotzdem ruckels. Und Ironwood. Was ist ein Tower-Key? Nee, ein Experiment. Ein Tower-Key? Okay. Ich dachte, das ist wahrscheinlich Charmed of Life. Oh, okay. Irgendwie Experimente. Gut, hab ich ein Tower-Key. Charmed of Life. Den packe ich mal in den Beutel rein. So, ja. Hat sich gelohnt, die hohe Kackse. Ja. Und ein Tower-Key. So, wieder runter. Ja, wobei, kraxeln. Kommen wir die nächste Tür hier? Oder? Na, da geht es irgendwie raus. Keine Ahnung. Es kommt aber wieder. Okay. Ich weiß nicht, warum manche Türen wiederkommen und andere nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Es ist gerade mal 19 Uhr. Also, 20 Minuten circa. Sollen wir erst mal Pause machen, wa? Ja, würde ich sagen, dass wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Na ja, kraxeln wir noch hier wohl. Na gut, kraxeln wir noch. Ich kraxel auch. Fertige Kraxel. Ja, ja. Hey. Sonst bespricht er sich weiß, wenn wir fliegen. Ja, echt. Ach, das ist doch eine hübsche Aussicht zum Schluss machen. Eine hübsche Aussicht zum Schluss machen. Ähm, der Garst ist tot. Hab ich jetzt gewonnen? Ja. Hier ist aber nix. Okay. Äh, da ist ne Tür. Ah doch, da oben ist ne Tür. Gut, die Tür sehen wir. Ne, da geht's raus, denke ich mal. So, bring ich mal. Ja, Nick kommt wieder. Geh mal auf den Balkon. So. Ähm, Regenschuss machen das scheiße. Oh nein. Dann, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Immer schön Panda bleiben. Immer schön Bambus bleiben. Echt. So, wenn